Guten Morgen Freunde und Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Daily Vlog. Ich hoffe, wie immer es geht euch gut. Wir haben es jetzt 6.21 Uhr am Morgen. Ihr seht Spandau. Schal ist am Start, weil sie heute wieder im Europapokal bei den EMEA Masters spielt. In der Knockout-Stage nennt sich das. Also jetzt geht es um alles. Ich hoffe, sie haben einen deepen Playoff-Run, sage ich mal. In den letzten Playoffs, die sie gespielt haben, im Spring-Splitter-Prime-League, haben sie ja den Titel geholt. Vielleicht wird es ja was mit dem Double Never Say Never und genau. Das Ganze versuche ich so gut es geht zu verfolgen und dann nehme ich euch so gut es geht mit durch den Tag. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Vlog und bis gleich. So Freunde, Freunde, ihr seht wieder fantastische Aussichten hier auf meinem Weg nach Hause. Und genau, das ist auch das Stichwort. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Und um 17 Uhr, also gleich, fangen schon die Livestreams zu den EMEA Masters an. Sowohl Spandau als auch SK Gaming sind hier beide in der Knockout-Stage gelandet, weil sie sich als Gruppenärzte durchsetzen konnten. Und genau, ich melde mich nachher wieder, also bis gleich. Freunde, Freunde, ich grüße euch zu einer weiteren Episode von Phil vergisst das Ende vom Video aufzunehmen oder auch bekannt unter dem Namen Phil vergisst weiter zu vloggen. Diese Videoserie aus dem Schnitt sollte euch mittlerweile bekannt sein. Ja, tut mir echt leid, dass ich das manchmal vergesse, aber ändern kann ich es nicht. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn das der Fall ist, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und ich würde mich auch über ein Abo freuen, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Das würde mich sehr freuen und unterstützen. Und ja, keine Ahnung, warum ich das ständig vergesse mit dem Ende vom Video. Aber ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich und sage ciao ciao. Bis zum nächsten Vlog. Macht's gut.